Hier oben läuft der Nervus obscipitalis aus. Der Nervus obscipitalis ist eher von den Hirnnerven, die man ja ein bisschen mit Handeln hat. Und bei dem leicht nach unten ansprechen. Was wir jetzt aber machen wollen, ist diese Peiche. Und jetzt nehmt euch einfach mal euren Partner und macht einfach so ganz locker, braucht die Däumen. Und macht einfach mal so ein paar Schläge und dann achtet mal durch, wie euer Partner sich verhält. Hast du die merkt? Ja, also der soll jetzt nicht so gut nehmen. Aber wenn wir die natürlich richtig hin dämmeln, dann... Ups! Loser bleibt stehen. Wird auch schnell. Ja, wir müssen gleich billiger. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit.